Wir sind hier bei Firma Brückner Trockentechnik in unserem Werk in Abdenham im schönen Bayern. Wir bauen Textilveredelungsanlagen. Textilveredelungsanlagen benötigt man für den letzten Produktionsschritt eines Textils. Zu dem Zeitpunkt ist das Textil noch bahnförmig. Wir verarbeiten also bahnförmige Materialien weltweit. Wir erwirtschaften mit über 400 Mitarbeitern an zwei Startorten 130 Millionen Umsatz. Hier in unserem Fertigungswerk arbeiten über 200 Mitarbeiter. Wir haben mit dem Neubau, den wir hier in 2018 erstellt haben und bezogen haben, eine LVB-Maschine gekauft, eine Tandemmaschine, wo wir Profile bis zu 9 Meter abkanken können. Das ist wichtig, gerade für bestimmte Anlagenteile, zum Beispiel Warnspeicher, wo wir solche langen Profile benötigen. Mit dieser Anlage sind wir sehr, sehr zufrieden. Wir können sie natürlich auch als zwei einzelne Anlagen betreiben und darüber hinaus hat es den Vorteil, dass auch diese Kant-Programme sich im Hintergrund selber erstellen über unsere CAD-CAM-Schnittstelle. Wir schreben einen hohen Automatisierungsgrad hier an und das hat alles der LVB geboten. Für uns ist es sehr schwierig, gute Mitarbeiter zu finden. Deswegen möchten wir ein attraktives Arbeitsumfeld hier schaffen. Das haben wir hier geschaffen mit der neuen Fabrik, mit einer sehr sauberen Fertigung. Und jetzt müssen wir auch dafür sorgen, dass also die körperliche Belastung reduziert wird. Und das schafft man mit dieser Prozelle. Und wir werden auch die nächsten Maschinen, die ersetzt werden müssen, auch mit solchen Anlagen wieder ersetzen. Wir sind ein Projektfertiger. Unsere Anlagen, die wir verkaufen, sind Unikate. Jede Anlage ist wieder anders konstruiert. Deswegen haben wir sehr, sehr kleine Losgrößen und unheimlich viele Varianten an Einzelteilen. Um hier rationell arbeiten zu können, in so einem Spektrum, kommt es darauf an, die Rüstzeiten zu minimieren. Und das ist uns sehr, sehr wichtig und das hat uns LVB mit der Prozelle unter anderem geboten. Die Maschine kann sich selber rüsten, erspart uns dann Einrichtungszeit und schont auch unsere Mitarbeiter bei schwerer körperlicher Arbeit bei dem Einrichten dieser Maschine. Also bislang haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit LVD. LVD ist ein Familienbetrieb, ähnlich wie wir. Beide Unternehmen sprechen die gleiche Sprache, sind auch so orientiert, auch so kundenorientiert. Bislang sind wir da sehr zufrieden mit dem Service und auch mit der Qualität der Anlagen. Speziell die Winkelmessung hat uns überzeugt, aber auch die unterschiedlichen Höhlen von den Werkzeugen, die wir für unsere speziellen Profile benötigen, das alles von der LVD abbilden in dem Maschinenkonzept. Beide Purple D 같이 Uруз Dications